Entwicklung, Vertrieb, Finanzen, Geschäftsführung – überall sind Unternehmen auf die Verfügbarkeit von Daten und IT-Systemen angewiesen. Aber IT-Systeme stellen hohe Anforderungen. Kühlung, Sicherheit, Energie, Updates – das einzelne Unternehmen ist damit schnell überfordert. Oder es muss viel Geld in Spezialisten, Tools und Technik investieren. Die bessere Strategie? Bringen Sie Ihre IT-Systeme dort unter, wo Sie optimal und kompetent betreut werden – in ein Datacenter der Noris Network. Sie fragen sich vielleicht, aber wie sieht es dann mit der Kontrolle meiner Systeme aus? Woher kenne ich deren Status und weiß, dass die Qualität der Betreuung auch stimmt? Genau deshalb verfügen unsere Datacenter über leistungsfähige Monitoring-Einrichtungen, auf die Sie jederzeit und von überall zugreifen können. Dabei werden Sie direkt mit unserem Kontrollcenter und seinen Spezialsystemen verbunden. Über das Monitoring-Cockpit auf Ihrem Rechner greifen Sie auf Messpunkte für Netz, Trafo, Unterverteilungen, Rack und Server zu und sehen auf einen Blick, wie es um Ihre Systeme steht. Natürlich in Echtzeit. Ob Prozessor, Festplatten oder Datenverbindungen – immer kennen Sie deren Auslastung. Um diese Transparenz zu ermöglichen, ist unser Datacenter von einem engmaschigen Netz von Sensoren und Messpunkten durchzogen. Für Stromversorgung, für Kühlung – alle für den sicheren Betrieb notwendigen Informationen werden erfasst. Alle diese Sensordaten laufen in unserem Kontrollcenter zusammen und geben unseren Spezialisten den perfekten Überblick. Das Monitoring aller betriebsrelevanten Einrichtungen gewährleistet maximale Sicherheit für Daten und Systeme bei voller Kostenkontrolle. So haben Sie aus der Ferne immer alles im Blick. Aber natürlich freuen wir uns immer auf Ihren Besuch.